Werk und Betrug werden als unerschütterliche Wahrheiten angesehen, wohingegen die Wirklichkeit eine Fabel ist. Wenn die Menschen ruhig nur die Wirklichkeit beobachten und sich nicht blenden lassen wollten, so würde ihnen das Leben, um es mit etwas, das wir kennen, zu vergleichen wie ein Feenmärchen, wie Erzählungen aus Tausend und einer Nacht erscheinen. Wenn wir nur das achten wollten, was unvermeidlich ist und ein Recht auf Existenz hat, so würden die Straßen von Musik und Poesie erklingen. Wenn wir weise und ohne Eile sind, so sehen wir, dass nur große und würdige Dinge eine ewige und absolute Dauer haben, dass kleine Sorgen und kleine Freuden nur Schatten der Wirklichkeit sind. Dies ist immer erfreulich und erhebend. Indem sie ihre Augen schließen und schlummern und sich durch den Schein betrügen lassen, setzen die Menschen überall ihre tägliche Lebens- und Gewohnheitsroutine fest, die stets auf rein illusorischem Grunde aufgebaut ist. Die Kinder, die das Leben spielen, erfassen seine wahren Gesetze und Beziehungen richtiger als die Erwachsenen, die nicht fertigbringen, es würdig zu leben, sich aber durch Erfahrung, das heißt das Fehlschlagen ihrer Pläne, für weiser halten. Ich las einst in einem Hindu-Buch, es war einmal ein Königssohn, der als Kind aus seiner Vaterstadt vertrieben und von einem Waldhüter aufgezogen wurde. Da er in diesem Stand heranwuchs, glaubte er, er gehöre zu dem Barbarengeschlecht, unter dem er lebte. Als ihn aber ein Minister seines Vaters fand, und offenbarte er ihm, dass er ein Königssohn sei. So, fährt der indische Philosoph fort, verkennt die durch ihre Umgebung verirrte Seele ihren eigenen Rang, bis ihr durch einen heiligen Lehrer die Wahrheit offenbart wird und sie erkennt, dass sie Brahman ist. Wir Einwohner von Neuengland führen solch ein niedriges Leben, weil unser Blick nicht die Oberfläche der Dinge durchdringt. Wir glauben, dass das ist, was zu sein scheint. Wenn jemand diese Stadt durchwanderte, der nur das Wirkliche sähe, und wenn er uns über die gesehenen Wirklichkeiten berichtete, würden wir den Ort nach seiner Beschreibung nicht wiedererkennen. Sieh ein Versammlungslokal an, ein Gerichtshaus, ein Gefängnis, einen Laden oder ein Wohnhaus und sage, was das Ding vor dem Blick der Wahrheit wirklich ist, und alles zerfällt bei deinem Bericht in Stücke. Die Menschen achten die Wahrheit, wenn sie in weiter Ferne ist. In den Vorstätten des Weltsystems, hinter dem fernsten Stern, vor Adam und nach dem letzten Menschen, in der Ewigkeit, ist für wahr etwas Wahres und Erhabenes. Aber alle diese Zeiten, Orte und Gelegenheiten sind jetzt. Und hier. Gott selbst kulminiert im gegenwärtigen Augenblick und wird nicht göttlicher sein im Verlaufe aller Äonen. Wir sind nur dann imstande, alles Edle und Erhabene aufzufassen, wenn wir stets die uns umgebende Wirklichkeit in uns aufnehmen, uns von ihr ganz durchdringen lassen. Das Weltall entspricht beständig und gehorsam unseren Vorstellungen. Ob wir langsam oder schnell reisen, der Weg ist uns vorgezeichnet. So lasst uns also unser Leben begreifend verbringen. Kein Dichter oder Künstler hatte je einen so schönen und erhabenen Plan, dass es nicht einem seiner Nachkommen gelungen wäre, ihn auszuführen. Lasst uns unseren Tag mit so viel Überlegung verleben wie die Natur. Und uns nicht von jeder Nussschale, jedem Moskitoflügel, der auf unseren Pfad fällt, davon abbringen. Lasst uns früh aufstehen und fasten oder die Fasten brechen und frühstücken, ruhig und ohne Hast. Lasst Besuch kommen, lasst Besuch gehen, die Glocken läuten und die Kinder schreien, wir wollen uns unseres Tages freuen. Warum sollten wir nachgeben und im Sturme untergehen? Lasst uns nicht kentern und in die Stromschnelle den Wirbel hinuntergerissen werden, der die mittägliche Untiefe so gefährlich macht und Mittagessen genannt wird. Entrinne dieser Gefahr und du bist gerettet, denn der übrige Weg geht bergab. Mit angespannten Sehnen und morgendlicher Kraft segle vorbei und blicke an den Mast gebunden wie Odysseus nach der entgegengesetzten Richtung. Wenn die Dampfpfeife geht, lass sie pfeifen, bis sie heiser wird. Wenn die Glocken läuten, was sollten wir da laufen? Wir wollen darüber nachdenken, was das für eine Art von Musik ist. Wir wollen uns niedersetzen und arbeiten. Und durch den Schlamm und Kot der Meinungen, der Vorurteile, der Tradition, der Täuschung und des Scheines, der Anschwemmung, welche die Erdkugel bedeckt, durch Paris und London, durch New York, Boston und Concord, durch Kirche und Staat, durch Poesie, Philosophie und Religion hindurch, unsere Fueße wetzen und reiben, bis wir auf harten Boden und Felsen an einen Ort gelangen, den wir Wirklichkeit nennen und von dem wir sagen koennen, das ist, das ist kein Irrtum. Und jetzt fange dein Werk an. Nachdem du unter Schlamm, Eis und Feuer einen Stützpunkt gefunden hast, einen Platz, auf dem du eine Mauer oder einen Staat errichten oder in dem du einen Laternenpfahl oder vielleicht einen Pegel einrammen kannst, kein Nilometer, sondern ein Realometer, damit die kuenftigen Geschlechter sehen koennen, wie hoch der Schlamm des Betruges und Scheines von Zeit zu Zeit angeschwemmt wurde. Wenn du eine Tatsache in Augenschein nimmst, so siehst du in der Sonne ihre zwei Seiten schimmern, wie bei einem Schwerte. Fuehlst, wie ihre suesse Scherfe dir durch Herz und Mark dringt und wirst auf diese Weise glücklich deine irdische Laufbahn zu Ende führen. Sei es Leben oder Tod, wir schmachten nur nach Wahrheit. Wenn wir wirklich sterben, so lasst uns das Röcheln in unserer Kehle hören, die Kälte in unseren Gliedern spüren. Wenn wir aber leben, so lasst uns an unserem Werke arbeiten. Die Zeit ist nur ein Fluss, in dem ich fischen will. Ich trinke daraus, aber während ich trinke, sehe ich den sandigen Grund und entdecke, wie seicht er ist. Seine schwache Strömung verläuft, aber die Ewigkeit bleibt. Ich möchte in tieferen Zügen trinken, im Himmel fischen, dessen Grund voll Kieselsterne liegt. Ich kann nicht einen zählen. Ich kenne nicht den ersten Buchstaben des Alphabetes. Das habe ich immer bedauert, dass ich nicht so klug bin, wie der Tag, der mich geboren. Der Geist ist ein Spaltkeil. Er sucht und bahnt sich seinen Weg in das Geheimnis der Dinge. Ich will mit meinen Händen nicht geschäftiger sein, als notwendig ist. Mein Kopf ist mir Hand und Fuß. Mein Instinkt sagt mir, dass mein Kopf ein Organ zum Bohren ist, wie es bei manchen Tieren Schnauze und Vorderpfoten sind, und mit ihm möchte ich meinen Weg durch diese Hügel bohren und graben. Die reichste Ader muss irgendwo hier in der Gegend sein. Das sagen mir Wünschelrute und leicht aufsteigende Dünste. Und hier will ich anfangen, Bergbau zu treiben. Ihre Umgebung verirrte Seele ihren eigenen Rang, bis ihr durch einen heiligen Lehrer die Wahrheit offenbart wird und sie erkennt, dass sie Brahman ist. Wir Einwohner von Neuengland führen solch ein niedriges Leben, weil unser Blick nicht die Oberfläche der Dinge durchdringt. Wir glauben, dass das ist, was zu sein scheint. Wenn jemand diese Stadt durchwanderte, der nur das Wirkliche sähe, und wenn er uns über die gesehenen Wirklichkeiten berichtete, würden wir den Ort nach seiner Beschreibung nicht wiedererkennen. Sieh ein Versammlungslokal an, ein Gerichtshaus, ein Gefängnis, einen Laden oder ein Wohnhaus und sage, was das Ding vor dem Blick der Wahrheit wirklich ist, und alles zerfällt bei deinem Bericht in Stücke. Die Menschen achten die Wahrheit, wenn sie in weiter Ferne ist. In den Vorstätten des Weltsystems, hinter dem fernsten Stern, vor Adam und nach dem letzten Menschen, in der Ewigkeit, ist fürwahr etwas Wahres und Erhabenes. Aber alle diese Zeiten, Orte und Gelegenheiten sind jetzt. Gott selbst kulminiert im gegenwärtigen Augenblick und wird nicht göttlicher sein im Verlaufe aller Äonen. Wir sind nur dann imstande, alles Edle und Erhabene aufzufassen, wenn wir stets die uns umgebende Wirklichkeit in uns aufnehmen, uns von ihr ganz durchdringen lassen. Das Weltall entspricht beständig und gehorsam unseren Vorstellungen. Ob wir langsam oder schnell reisen, der Weg ist uns vorgezeichnet. So lasst uns also unser Leben begreifend verbringen. Kein Dichter oder Künstler hatte je einen so schönen und erhabenen Plan, dass es nicht einem seiner Nachkommen gelungen wäre, ihn auszuführen. Lasst uns unseren Tag mit so viel Überlegung verleben wie die Natur und uns nicht von jeder Nussschale, jedem Moskitoflügel, der auf unseren Pfad fällt, davon abbringen. Lasst uns früh aufstehen und fasten oder die Fasten brechen und frühstücken, ruhig und ohne Hast. Lasst Besuch kommen, lasst Besuch gehen, die Glocken läuten und die Kinder schreien, wir wollen uns unseres Tages freuen. Warum sollten wir nachgeben und im Sturme untergehen? Lasst uns nicht kentern und in die Stromschnelle den Wirbel hinuntergerissen werden, der die mittägliche Untiefe so gefährlich macht. Entrinne dieser Gefahr und du bist gerettet, denn der übrige Weg geht bergab. Mit angespannten Sehnen und morgendlicher Kraft segle vorbei und blicke an den Mast gebunden wie Odysseus nach der entgegengesetzten Richtung. Wenn die Dampfpfeife geht, lass sie pfeifen, bis sie heiser wird. Wenn die Glocken läuten, was sollten wir da laufen? Wir wollen darüber nachdenken, was das für eine Art von Musik ist. Wir wollen uns niedersetzen und arbeiten und durch den Schlamm und Kot der Meinungen, der Vorurteile, der Tradition, der Täuschung und des Scheines, der Anschwemmung, welche die Erdkugel bedeckt, durch Paris und London, durch New York, Boston und Concord, durch Kirche und Staat, durch Poesie, Philosophie und Religion hindurch, unsere Füße wetzen und reiben, bis wir auf harten Boden und Felsen an einen Ort gelangen, den wir Wirklichkeit nennen und von dem wir sagen können, das ist, das ist kein Irrtum. Und jetzt fange dein Werk an. Nachdem du unter Schlamm, Eis und Feuer einen Stützpunkt gefunden hast, einen Platz, auf dem du eine Mauer oder einen Staat errichten oder in dem du einen Laternenpfahl oder vielleicht einen Pegel einrammen kannst, kein Nilometer, sondern ein Realometer, damit die künftigen Geschlechter sehen können, wie hoch der Schlamm des Betruges und Scheines von Zeit zu Zeit angeschwemmt wurde. Wenn du eine Tatsache in Augenschein nimmst, so siehst du in der Sonne ihre Zweiseiten schimmern, wie bei einem Schwerte. Fühlst, wie ihre süße Schärfe dir durch Herz und Mark dringt und wirst auf diese Weise glücklich deine irdische Laufbahn zu Ende führen. Sei es Leben oder Tod, wir schmachten nur nach Wahrheit. Wenn wir wirklich sterben, so lasst uns das Röcheln in unserer Kehle hören, die Kälte in unseren Gliedern spüren. Wenn wir aber leben, so lasst uns an unserem Werke arbeiten. Die Zeit ist nur ein Fluss, in dem ich fischen will. Ich trinke daraus, aber während ich trinke, sehe ich den sandigen Grund und entdecke, wie seicht er ist. Seine schwache Strömung verläuft, aber die Ewigkeit bleibt. Ich möchte in tieferen Zügen trinken, im Himmel fischen, dessen Grund voll Kieselsterne liegt. Ich kann nicht einen zählen, ich kenne nicht den ersten Buchstaben des Alphabetes. Das habe ich immer bedauert, dass ich nicht so klug bin wie der Tag, der mich geboren. Wenn ich unter anderem übermessen, ich buche es und dann das